Hitradio FFH. Anke's Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Boah, Stefan, hast du eben die Helikoptermama gesehen, wie die ihrem Sören Pascal mit Sakrotan das Pommesgebelchen desinfiziert hat? Wenn der Wonne proppenbrav ist, entfernt die zu seinem 18. Geburtstag glatt daheim die Steckdosensicherung. Heli-was? Helikoptermama. Überfürsorgliche Alphaputen, die ihren Bratzen morgens die Klobrille warmfüllen und mit dem SUV ins Klassenzimmer bis vor die Tafel fahren. Zu meiner Zeit gab's nur U-Boot-Väter. Hä? Nach der Geburt abgetaucht. Einmal die Vier und eine einziehbare Hundeleine für unseren Quentin Cosmo. Er kann seit zwei Monaten laufen. Momentchen mal bitte. Stefan, es gibt ja auf Spielplätzen sogar schon Schilder, die auf Helikopter-Eltern hinweisen. Ach ja. Eltern haften an ihren Kindern. Also rund 15 bis 20 Prozent der deutschen Eltern tendieren zu extremer Überbehütung. Schrecklich. Anke, ich komme ja hier vor wie ein Helikopter-Kunde. Weil du mir gerne helfen würdest? Nee, ich tendiere extrem dazu, den Abflug zu machen. Mach 127 Euro, sammeln Sie Kinderüberraschungspunkte, haben Sie eine Kindle-Card oder sind Sie im Billy-Boy-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Dankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App. Bei Hitradio FFH. Bei Hitradio FFH. Inืbidden. Vielen Dank.